Schreib mir deinen Namen auf den Bauch La 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 Hallo zusammen, ich bin's, Axel Fischer und ich hab für euch heute folgende Frage. Welche Songtitel gibt es wirklich? Antwort A, Traum von New York Antwort B, Traum von Paris oder Antwort C, Traum von Köln oder ist es vielleicht doch Nummero D, Traum von Amsterdam? Viel Spaß beim Rätseln. Schreib mir deinen Namen auf den Bauch Schreib mir deinen Namen auf den Bauch Adresse und die Handy